Mein Vater ist Maurer. Mein Vater ist Pflücker. Bravo, Yad. Mein Vater ist Terrorist. Ich sag dir, dein Sohn ist was Besonderes. Schick ihn auf eine andere Schule. Eine jüdische? Die werden nie einen Araber nehmen. Angenommen. Glückwunsch, da wunderbar. Du bist vielleicht sogar der erste Balistinenser, der eine Atombombe bat. Du sollst besser sein. Besser als alle anderen um dich herum. Ayid, richtig. Ich heiße übrigens Naomi. Ich liebe dich, weißt du das? Ich komm vom Sozialprojekt der Hochschule für Wissenschaften. Ist das von Geburt an oder bist du so von Geburt an? Araber, ist das ansteckend? Komm mal her. Was ist? Will das Araber-Schwein dich anfassen? Ein Juden ohne Behinderung? Hast du nicht als Freund gefunden? Glaubst du, ich würde nicht auch gerne der ganzen Welt zeigen, dass ich dich liebe? Eine Jüdin. Fall aus meinem Haus. Verstanden? Ich vergesse manchmal, dass du Araber bist. Geht mir auch so. Keine Sorge. Es gibt immer welche, die dich daran erinnern. . hitchhören. Untertitelung des ZDF, 2020